Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich dir einen super leckeren Curry Dattel Dip. Zuerst nimmst du 50 Gramm Datteln und 25 Gramm getrocknete Tomaten und gibst diese in einen Becher. Dann nimmst du einen Stabmixer und pürierst das Ganze, damit es eine schöne cremige Konsistenz hat. Anschließend gibst du 180 Gramm Frischkäse, einen Teelöffel Currypulver sowie ein Viertel Teelöffel Kreuzköppel hinzu. Zuletzt vermixt du alles zu einem schönen leckeren Dip. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Lass doch gerne noch ein Abo da.